Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir VR-Skater ein Skateboard-Spiel für VR. Ich würde mal sagen, wir starten direkt ins Game rein. So Freunde, willkommen im Game. Das ist das Hauptmenü. Ich würde mal sagen, wir starten direkt rein. Academy. Okay, das ist das Tutorial. Danach gibt es die Challenges. Versuchen wir mal. Ich bin jetzt kein Skateboard-Fahrer. Ich habe keine Ahnung, wie man Skateboard fährt. Aber wir versuchen es mal. Select Dance. Regular machen wir mal. Okay. Ich will jetzt mich quer hinstellen und dann... Ah! Funktioniert gut. Oh, also je schneller ich hier mache, desto schneller werde ich auch. Geh mal richtig ab, würde ich sagen. Und jetzt? Ah ne, ich muss einfach durchfahren durchs Feuer. Ich dachte, ich muss jetzt rüberhüpfen. Hat sich gut dann gefühlt. So, was jetzt? Ah, okay, die Bremse. Ja, super. Easy. Ach so, ich muss jetzt in den Kreis ankommen. Jetzt ehrlich, das Tutorial ist schon cool. Von der Grafik her? Sieht okay aus. Das ist okay von der Grafik her. Haut das Tier. Okay, wie man lenkt. Mit der linken Hand links, rechts, okay. Ach so, ich breche. Okay, an die Steuerung muss man sich ein bisschen gewöhnen. Ah, okay, jetzt geht's. Mit der Bremse funktioniert's. Well done. You are almost ready for the road. Gut, okay. Was muss ich jetzt machen? Turn and place. How to turn and place. Okay. Ah, okay, man kann sich drehen, indem man einfach den Trigger drückt. Okay. Nice. Okay, weiter. Nein. Na los, durch. So. Autor, die drückt halten. Go. Okay, easy. Ja, warum geht's nicht? Ah, okay, ich muss einmal gedrückt halten. Ah. Und jetzt? Woo. Also, es fühlt sich cool an, Freunde. Es fühlt sich wirklich cool an. Jump over the gap. Au. So. Und go, 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 go. Woo. Oh, das fühlt sich cool an. Woo. Das am Ende hat sich gerade echt cool angefühlt. We are Skater. So, okay, die Trigger ist gehen. Ich werde jetzt aber jetzt nicht alle durchmachen. Ich will sagen, wir gehen mal auf die Strecke. Challenge machen wir jetzt nicht. Gehen auf Maps. Middle School und rennen mal hier rum. Practice? Nein, wir machen gleich Run. Run, run. Okay, go. Okay, go. Wow, das erinnert mich so an Tony Hawk's Skateboarding. So, warte. Wow. Nein. So, go. Jetzt versuche ich mal, das komische Ding da zu treffen. Wow, das Geländer. Nein. Ah. Oh, das ist gar nicht so easy. Und, wow. Ich glaube, wir müssen erstmal... Nein. Ist gar nicht so easy. So, go. Go. Wow. Wow. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man... Polizei, okay, die Polizei kam. Wir mussten jetzt aufhören. Ich will sagen, wir versuchen nochmal das Level. Gleich mit Soundtrack und so. Das ist echt geil. Also, wir versuchen mal noch Restart. Freestyle. Also, ganz ehrlich, die Steuerung. Da muss man echt ein bisschen Zeit mit verbringen. Weil das sind so viele Tricks und so viele Sachen, die man machen kann. Aber gar... Also, man muss echt im richtigen Zeitpunkt abhüpfen, sonst passiert sowas wie gerade dem. So, ich mache es mal ganz langsam. Ich schaue mal in die Map ein bisschen an. Also, man bekommt ein richtiges Tony Hawk Skateboarding Feeling. So, jetzt probieren wir mal hier so einen Trick. Woo. So, die simpelsten Tricks habe ich drauf. Das, was wir gerade im Tutorial gelernt haben, total vergessen. Wow. Oh, außer das Hüpfen habe ich mir irgendwie nichts behalten. Nein. Ah. Uh. Aua. Aber ganz ehrlich, das Feeling ist geil. Also, ganz ehrlich. Also, das Game ist gelungen. Man merkt auch, dass es für VR gemacht ist und kann ja irgendwie... Boah. Also, das funktioniert mega gut mit den Tricks. Warte, wir versuchen mal, was wir gerade gelernt haben. Woo. Ha. Easy. Ah, Freunde. Was soll ich sagen, Freunde? Der Soundtrack ist geil. Gameplay, es macht Spaß. Man hat sehr, sehr viele Tricks zu lernen. Sehr, sehr viele Tricks. Also, da muss ich mir echt Zeit nehmen, die alle mal zu lernen. Dann macht das, glaube ich, das freie Fahren noch viel, viel mehr Spaß. Also, gerade wie kann man sogar noch ein bisschen höher schrauben. Aber es macht Spaß. Also, Maps bin ich mal gespannt, ob da noch weitere Maps kommen, wenn man die Akademie abgeschlossen haben oder mit irgendwelchen Updates. Aber ganz ehrlich, es macht Spaß. Also, jeder der Skateboarding mag, muss das probiert haben. Auch die anderen, die kein Skateboarding gemacht haben. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. So, Freunde, ich würde sagen, ich mache das Tutorial. Jetzt noch. Und jeder der Bock hat auf das Game, ladet ihr euch runter. Es macht echt Spaß. Dann sollten wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Und dann können wir sehen uns im nächsten Video.